Emil Ozean Süßer kleiner Mann, Emil Ozean ist echt schon so groß Aktuell genießen Janni Hönscheid und Berkus Mag die letzten Wochen ihrer Elternzeit. Nachdem sie mit ihrem Nachwuchs Emil Ozean schon die halbe Welt bereist haben, gönnten sie sich nun einen Trip nach Korsika. Fleißig lassen die Eltern auch im Urlaub die Netzgemeinde am Familienleben teilhaben. Aufmerksame Fans bemerkten beim neuen Schnappschuss sofort, der kleine Estee für seinen acht Monate schon ganz schön groß. Auf Instagram postete die professionelle Surferin jetzt einen kleinen Urlaubsgruß, auf einem Foto ist sie zusammen mit ihrem Stammhalter zu sehen, den sie liebevoll auf dem Arm hält. Ihren Followern fiel gleich auf, wie riesig auf dem Foto wirkt, süßer kleiner Mann, schrieb eine Nutzerin und raff damit den Nagel auf den Kopf. Schließlich reicht ihr ausgestreckter Sprössling beinahe von der Schulter bis zur Mitte des Oberschenkels. Da wird es die Athletin kaum abwarten können, bis der Wonnepropp nicht nur krabbeln, sondern auch alleine laufen kann. Doch ihre letzte Reise vor dem Ende der beruflichen Auszeit ist nicht ganz unproblematisch für die kleine Familie. Weil die Campingplatz-Saison noch nicht gestartet hat, ließ sich erst kein Schlafplatz finden. Doch die Abenteurer sind in solchen Dingen sehr erfinderisch und kamperten einfach direkt am Meer. Und erstmal auf den